Lege dich auf den Rücken. Strecke deine Arme zur Seite aus, Handflächen zeigen nach oben. Bringe deine Füße zusammen und ziehe mit der nächsten Einatmung beide Knie zu dir heran. Mit der Ausatmung lässt du deine Knie locker nach links fallen. Atme tief in deine freie rechte Seite ein und wieder aus. Das Krokodil, Nakara Asana. Nakara Asana unterstützt den Prozess des Loslassens. Die Kreuz- und Lendenwirbel sowie Hals- und Brustmuskulatur werden gedehnt. Die Kreuz- und Lendenwirbel menos, Masaru. Deine Kanaraпfali. Ich war es im Knie entlang. Mit dem Rücken 08. Und sien gut 10-15, bis zu Jungs 8W-15. Die Kreuz- und Lendenwirbel demonstradi. Komme mit der nächsten Einatmung wieder zur Mitte. Mit der Ausatmung lässt du deine Knie nach rechts fallen und atmest tief in deine freie linke Seite. Genieße die Entspannung im unteren Rücken. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Komme mit der Einatmung wieder zur Mitte. Lasse deine Beine langsam ausgleiten und spüre in deinen unteren Rücken.